Hi, zum nächsten Video. Heute mache ich einen weiteren Spezialfall in der Arena und zwar werde ich, wenn möglich, nur Minions picken. Das heißt, ich nehme nur dann ein Spell, wenn drei Spells da sind. Und die Quests sagen mir, ich soll den Malfurion Stormrage nehmen. Deshalb nehme ich jetzt mal den Druid. Schauen wir mal. Ich fange gleich mal ziemlich gut an. Dann nehmen wir doch den Ragnaros. Gut, dann Ascension ist auch super. Gerade dadurch, dass ich keine Spells habe, habe ich recht wenig Removal. Das heißt, ich möchte schauen, dass ich irgendwie anders Kontrolle an Bord kriege. Und das geht nur mit Towns recht gut und natürlich mit Minions, die auch was killen können. Oder vielleicht sogar Silenzen. Ascension ist aber super. Okay. Hm. Ja, dann nehme ich ein Claw. Wenn ich schon drei Spells sauber habe, dann nehme ich natürlich ein Removal. Das ist jetzt natürlich grauenhaft. Hm. Ich glaube, ich werde sogar den Silverback Patriarch nehmen. Weil da mir gegebenenfalls ein bisserl Kontrolle noch gibt. Der andere halt nicht. Ja. 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 Ja, meine Manorkurve ist schon recht hoch. Aber ich nehme einen Spellbreaker und Silence ist halt wichtig. Loothorder ist super, Fairy Dragon ist super, da nehmen wir einfach den Wild Pyromancer da er 3, 2 ist, Silverhand Knight ist auch sehr gut, da nehmen wir noch meinen Silverhand Knight, Stormpike Kommando, ok, 5er Drops haben wir jetzt zu viel, Shattered Suncleric, auch wenn der Fangripper relativ gut wäre, Dark Island Warfare auch super, ok, 4er haben wir noch nicht so viel, Sunwalker oder Impfmeister, er nehmen wir einen Sunwalker, ist einfach stärker. So, jetzt sind wir die schlechtesten Epics, die man dazu auswählen kann. Ich habe keine Piraten, oder? Na, gar keinen. Haben wir einfach einen 3-3er. Blood Fan Raptor. Dann nehme ich einen Ecolight of Pain. Usera, auch gut. Ok. Das war ein etwas seltsamer Draft. Ich habe, glaube ich, welche der besten Late Game Karten, die man überhaupt zu kriegen kann. Ich habe einen Ragnaros in der Isera. Ich habe einen Ancient of War, einen Ancient of Lore. Ich habe zwei Sunwalker. Jetzt ist nur die Frage, ob ich da überhaupt hinkomme. Ich habe, wie viele 2er Drops habe ich da? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 und 5 3er Drops und 3 1er. Ok. Also, ich glaube, da kann man schon Druck machen. Also, die Minions, die ich gezogen habe, sind unglaublich gut. Da habe ich äußerst das Glück gehabt. Also, ich schätze mal, dass ich mit dem jetzt auch auf mehr Wins komme, als ich mir eigentlich erwartet habe, wenn ich jetzt sage, ich nehme alles Minions. Aber es kann nicht gefährlich sein, wenn ich am Anfang Probleme habe. Aber ich glaube, selbst wenn ich am Anfang Schwierigkeiten habe, komme ich mit den Towns wieder rein. Malthurien vs. Uther! Ich werde mit Honour kämpfen. Ich muss die Wilde beschützen. Malthurien! Okay. Jetzt bin ich mit dem einen Schäpe senseives 1000 Weg und nicht mit dem Wild Pyramid zu hoch. Aber ich habe es nicht gesehen, dass ich ihn objetivo hätte. Das ist okay. Die Natur wird gegen dich hochgekommen. ... am Leben bleibt. Also Ragnaros und Ysera sind so ziemlich die besten Late-Game-Legendaries, die man ziehen kann in der Arena. Lass mich denken. Ich habe den Planen gemacht. Tern gehört auf jeden Fall noch dazu. Na gut. Mit einem True Silver Champion kann er nicht erlaut. Mit Ermela kann er nicht erlaut. Das ist in Ordnung. Nur ich und Mr. Byte! Für den König! Für Honour! Ich glaube zuerst ziemlich klein. Okay. Eine Consecration überleben die beiden noch. Das ist noch gut. Ich habe noch eine 2er Removal. Das ist auch gut. Und es kommt jetzt eine ziemlich dicke Sunwalker, Ancient of Lore. Also so weit so gut. Wenn er eine Consecration spielt, hat er noch einmal eine andere übrig. Ein Blessing of Kings bringt ihm nicht so viel. Mit dem könnt ihr den Zerg killen. Dann hat er aber noch einmal 3 Hitpoints und ihr könnt ihn auch billig tauschen. Was macht er jetzt in seiner Not? Nix. Na gut. Immer feste Druck. Nix. Also 5 Hitpoints sind sehr unangenehm für den Paladin. Kann man mit den Druesiliver Champion zu wenig machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Zwar schnell von mir etwa 3 zuер Totally? Nix. Nix. Was muss man da ziehen? Nur ein Silverhand Knight und Shattered Suncleric. Ich glaube wir haben Druck für immer und ewig. Ich habe gerade nur überlegt wie ich den Suncler jetzt wegkriege, aber das geht nicht anders. Das wäre auch mit den 2 Schadepunkten bei Kommando ausgegangen. Generell schneidet man besser aus wenn man nur Minions pickt, als wenn man nur Spells pickt. Wenn man solche Minions zieht wie die, die ich jetzt habe, dann steht man auf jeden Fall nicht schlecht da. Wenn ich mich jetzt zurück erinnere an den Draft, ich glaube der wäre normal gesehen äußerst gut gewesen. Ich glaube ich habe 2 Swipes gesehen soweit ich mich erinnere. Ich habe auch mindestens ein Raft gesehen. Und mit den restlichen Minions die ich da schon gehabt habe, äußerst heftiger Draft. Das ist genau der 3er Drop den ich mir wünsche. Aber so viel habe ich ja nicht. Der schaut schon besser aus. Das kann so etwas sein, dass ich vielleicht den Silberpatriarch buffen möchte. 2 5 Taunt ist wieder in Ordnung. 1 4 ist nicht so toll. Wobei der Paladin, also die Dude Killen kann er. Also ein guter Dude Killer ist er, der Silberpatriarch. 4 auf einen Streich. 1 Mal die Lied ist. Futterger£ Ich könnte ihm auf 3 Hitpoints buffen. Dann überlebt er eine Consecration. Dafür überlebt er jetzt und er kann mit einer Coin... Ja, das ist einfach. Ich greife Ermann. Also mit einem Blessing of Kings wäre es jetzt sehr unangenehm. Ansonsten stört es mich nicht wirklich. Und mit einem Blessing of Kings, okay, dann muss ich den dann mit reinopfern. Aber... Okay. Okay. Na gut. Was? Ob das wert war? Ähm... Shattered Sun Cleric da jetzt zu spülen bringt er wirklich was. Da kann ich noch einen Schaden extra reinbringen. Ähm... Ja. Ein von den beiden kann er jetzt so noch abräumen. Es sei denn er möchte lieber eine Consecration spülen. Dann killt er ruhig auch beide. Aber dann hat er jetzt wieder sonst nichts zum spüren. Und ich kann einen Silverhand Knight noch legen. Aber eigentlich hoffe ich, dass er jetzt seinen True Silver Champion ausgibt. Damit der Silverhand Knight das auch überlebt. Oh weh? Na gut. Den Call ofi kann ich noch mal ganz gut tauschen. Es sei denn er killt mir da jetzt nur einen zweiten. Der Alvin Archer wäre jetzt äußerst tödlich. Und dann könnte man den killen und den killen. Und der 6-3er ist ziemlich problematisch dann. Aber Silverhand Knight und Baldorf ist okay. Kämmern in den nächsten Runden. Das ist ziemlich mächtig. Okay. Keine Sorge, dann hätte ich schon angriffen. Blöde ist der Heim leider mein 2-2 erreicht, oder? Was? Das hat mich jetzt überrascht. Dass er lieber die 2 Schaden heilen und mir 4 Schaden machen will. Mit seinem True Silver Champion. Ah. Blöd. Ja, der kommt genau richtig. Da werde ich mir jetzt sogar den Baldorfist Ogre sparen. Ich werde schauen... Ob der da ein 2-1er-Dude hat. Hat er nicht. Ein Ei vor ein Ei. Na gut. Ja, den Abusive Sargent spülen und nicht. Den werde ich als Removal aufhalten. Wenn er nicht das machen soll. Aber nur einen Arschlinder. Und den tauchen. Nur so. Der hat dann steht dann auch noch den... Und dann der noch dennoch einen... Wenn der Baldorfist Ogre... ...nächst die Runde kommt... Das ist aber auch in Ordnung. Ich kann den Ragnaros ohnehin oder nicht spielen. und den kann jetzt super abräumen ja da werden wir jetzt überhaupt alles abräumen so das ist doch ein schönes board eine runde vom ragnarolz squire attend ready sir reporting for duty ja Glück gehabt den silvain recruit wird jetzt nicht unbedingt treffen brauchen ja 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 Die 5 Hit-Points sind nicht schlecht, aber die 5 Hit-Points sind nicht schlecht. Ich kann ja direkt auf ihn gehen. Gut. Jetzt kann ich mir dann angreifen. Okay. Also supermächtige Minions bauen supermächtig ein. Okay. 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 Ah, mage. Dann spinnen wir weg, die anderen behalten wir trotzdem. Ah, dann pingten wir nur weg. Okay, da habe ich jetzt nur Glück gehabt, dass ich nur einen Zwarer draufgezogen habe, sonst wäre es jetzt schon ziemlich gefährlich worden. Sollte der jetzt zum Beispiel ein Mirror Image legen, dann ist es genauso ein Punkt, wo ihr mit dem Deck ein Problem haben werdet, weil ihr einfach keine Spells habt. Ah, das ist leider auch nicht gut. Es soll nur Coin und Pinkman weg. Lass auf sie, Captain Witcher, richten. Er wird es vielleicht doch nicht richten. Jetzt schauen wir mal, wo nur was zum Abräumen hat. Die anderen Minions hätten wir da jetzt leider alle nichts gebracht, weil es nicht ausreichen, um den Mana Worm zu killen, bzw. Shattered Sun Cleric ohne Buff ist das gleiche wie der Bloodhound Retter. Okay, ich glaube in dem Fall werde ich es sogar so machen, dass sie den Silence und den anderen abräumen, weil der Steilbka gleich gegen ihn stirbt und der macht ihm auch nichts. Das ist das, was wir mit dem besten vorhatten. Ich hätte jetzt natürlich ein Acolyte of Pain spülen können und den buffen, aber dann wäre der Spellbreaker da angegangen. Ein Silverback Patriarch wäre auch möglich gewesen, aber dann hätte der Lutra dann überlebt. Nimmst du es lieber so rum? Ich glaube, da fangen wir wieder. Ja, nächste Runde Iron Bark Protector und dann nachher Ysera klingt auf jeden Fall sehr gut. Flamestrike wäre jetzt ziemlich unangenehm. Wie greifen die Leute heute an? Das ist natürlich gut. Naja so, passt schon. Jetzt haben wir gerade an die Minions von die Paladini erinnert, die in den Tod gelaufen sind. Wenn das eine Mirror Entity ist, dann bin ich wirklich schlecht dran. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Das ist keine Mirror Entity. Na gut. Dann ist es vielleicht ein Counterspell. Hm. Das eine Claw, das ich habe, könnte davon bedorfen werden. Frosstarmo ist es schon mal nicht. Es ist kein Vaporize. Vielleicht ist es... Ja, also vielleicht ist es ein Eisblock. Der kann jetzt natürlich wieder Oles sein. Und das ist jetzt alles nichts, was ich ihm eigentlich nicht geben... Also... Es möchte ihm Oles nicht geben, aber gut. Das ist nur das, was am ungefährlichsten ist für mich. Behalt mal lieber nur den Town. Und... Also wie jetzt den Holderfist irgendwo zu spüren. Ähm... Weil der wäre jetzt sonst hin gewesen. Und... Ich bin auf 16 Hitpoints und möchte mir die Towns lieber aufhalten. Also lieber die... Die Karten effizient benutzen. Ich bin auf 16 Hitpoints. Mein Claw. Hm. Hm. Da können wir jetzt schon die Isera spüren. Ich habe nur einen Minion draußen, der sich beschützt. Generell Oles er hat 12 Hitpoints. Das ist sowieso nicht schlecht. Er braucht eigentlich einen Polymorph. Aber ich glaube das hätte er schon auf den Ancient of War gespielt sonst. Okay. Okay. Ja. 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 Spellbreaker möchte ich noch nicht, Silverhand Knight möchte ja noch nicht. Ich bekomme genug 4er und 5er Drops. Ich habe zwar jetzt die Coin, die Coin kann ich ja für den Wild Pyromancer verwenden. Ich habe jetzt 2 Spells in dem Spiel zur Verfügung dafür. Ich glaube da lege ich sogar los, also mit einem Shattered Sun Cleric noch in der Hand. Gefällt mir das ganz gut. Ich spiele zuerst den Wild Pyromancer, weil ich den jetzt zum Traden verwenden möchte und den den Fairy Dragon noch buffen möchte. Der wenigstens eher tauschen. Buffen kann er sich eh selbst, nur dass er Blessing of Kings drauflegen geht nicht. Ich räume hier brav ab. Hätte ich den Grund immer vorher auch machen können. Abräumen ist eigentlich gescheiter bei mir, weil im Late Game stehe ich eh gut da. Also so lange wie möglich Board Control einmal behalten. Wäre jetzt gescheiter gewesen. Also die 4 Schaden hätten wir eigentlich nicht mehr machen müssen. Das machen wir jetzt so. Bist du ja weg? Du hast keine Schaden, immer die Schaden. Ich habe natürlich keine Schaden, die Stadion haben. Denn ich werde nur dort weg oder anders auskommen. Du musst du dich auf eine Schaden, mehr die Stadion kommen. So kannst du einfach Clubfonds enthalten lassen, aber wenn du dich jetzt mal enthίαst. Bei mir ist das noch nicht so schnell wie es geht. Ich habe ein paar Minions auch möglich. Die Stadion werden in diesem Spiel mit diesem Spiel. Aber wenn du du noch aufgehört habe, will ich mir den Spielplatz und in den Spielplatz. Wir sind jetzt hier ein paar Minions auch möglicherweise dem Spiel. Der ist jetzt ein bisschen unangenehm, da spürt es lieber einen Sunwalker als ein Baldur Fistoga. Weil der kann sich da ziemlich fett machen an meinem Acolyte of Pain, abgesehen davon, dass ich natürlich Quarten ziehe. Hmm, auch weh. Das wird interessant. So. Schauen wir mal, was wir da ziehen. Ich schau mal, was wir da ziehen. Ich habe den 2 runter. Kann man zumindest mit dem Stormball-Commando anschießen. Ähm, der Bubba-Basch ist jetzt wirklich ungut da. Also der wird wahrscheinlich dann gegen den Bowler für's Druckertraden und dann das ist mein einziger Spell und da killen wir noch die und killen der auch Kartenvorteil habe und ich werde den auch weiter ausbauen können in meinen Ancient of Lore Der ist jetzt allerdings ein bisschen unangenehm Er geht auf mich, na gut Ich könnte ziemlich viel Schaden nehmen, aber das will ich glaube ich nicht Ich mache das jetzt einfach so Ich möchte da gerne einen von denen killen Ja und ich spiele noch den Luthorter Jetzt zeige ich die Karten dafür Das ist mir lieber wie jetzt einen guten Trade nachher zu machen mit dem Luthorter Ich glaube das war jetzt ziemlich alles Removal was ich gehabt habe Ich habe zwei Stormpike Kommando und ein Glaw gehabt Bitte geh auf mich Da habe ich jetzt Glück gehabt Sonst hat er sehr gut getradet Ich meine Sonst hat er das Consecration Sonst hat er das Consecration nicht mehr drauf Ich meine Ich komme davon aus Los auch Ich komme von euch Ich komme von euch Ich bin從 euch Ich bin schon Der Silo-Back-Bad 3-8 soll jetzt ja nicht wirklich aus. Ich sehe die Swamp-Boost haben wir vielleicht noch gegen einen True Silo-Champion. Also Quartemvorteil schaut gut aus. Wir haben ziemlich effiziente Minions. Den kriege ich. Okay, der ist gut. Den wollen wir haben. Und nur ein 3-3er. So. Er hat wenig Karten. Das schaut echt gut aus gerade. Weil er gerade nur Equality in der Hand hat. Selbst Equality. Ich stelle mir jetzt nicht so viel. Braucht Equality und nur was. Okay. Der ist natürlich auch gut. Jetzt mal dachte es auch nicht geht. Das ist jetzt aber sehr günstig. Ich heile mich. Um auf mir mal sicher zu gehen. Ich habe keine Zeit für die Games. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er keine Equality-Konsecration mehr hat. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ein Consecration-Alar wird nicht reichen. Er könnte zwar da einiges killen, aber die beiden kommen durch. Okay. Also sowohl beim All-Spell als auch beim All-Minion-Arena-Pick habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich mache den Kleidchen. Ich mache den Kleidchen. Ich mache den Kleidchen. Ich muss die Wilde protectieren. Naja, ein Priest, das wird es leider nicht überleben. Da wird er sicher keinen. Na gut, dann lasst man koinen. Ja, lasst man koinen. Nicht, dass es vielleicht für etwas anderes verwendet wie einen D4s Ringleader. Wobei es eh sein kann, dass es für einen D4s Ringleader verwendet. Wahrscheinlich macht er einfach einen Decker. Bomber! Ich habe es nicht überlegen. Ich habe deine Lieblatt für einen Raptor aber sonst hätte ich keine Schwager drauf gehabt. Und ich habe das Golemnis natürlich sowieso super. Ich habe es geschafft. Was ich jetzt mit der Himmel angenommen habe. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe das Blatt. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja, das war's. Jetzt kann ich nur noch Minions ziehen und ich kann jetzt auch alles gut tauschen mit denen gerade, selbst wenn er jetzt einen Yeti legt, wenn es da ein paar Kommando oder mit dem Shapeshift kann ich das gut wegkillen. Ich hoffe, ich ziehe jetzt was anderes mit dem Stunpack-Commando, weil den möchte ich eigentlich nicht spielen. Okay, aber dann muss ich den Stunpack-Commando spielen, weil wenn ich eine Runde auslassen werde, wäre das sehr, sehr schlecht für mich. Ich muss den Druck aufbauen. Hm, nicht so schön. Ich muss den Druck aufbauen. Sunwalker! Ich hätte damit Klaug heilen können. Aber das machen wir jetzt. Der Sen-Shin würde jetzt Opfern von einem Spül eigentlich. Und legen wir einmal einen Loot-Hörer dazu. Äh, Sen-Shin gibt nämlich einen... Also jetzt muss er den angreifen, wenn Sen-Shin nicht. Das ist ein Problem. Aber das ist ein Problem. Bitt! Schaden nehme ich der Weinung. Er hat jetzt 6 Quarten, ich nur mal 2 in der Hand. Das hat da ja einen ganz schönen Vorteil. Den Behälter auch. Hat er mir das für ihn hier auch, oder kann ich ihn da jetzt gut tauschen? Schon mal 1-10, aber ich glaube, ich werde ihn in den DLC auch spielen, ja. Kann gut sein, dass er Assassinate hat. Allerdings hätte er es wahrscheinlich schon verwendet gegen einen Sunwalker. Das wäre jetzt nämlich ziemlich ineffizient. Also er hat 4 Schaden an der Cold Blood und an Spiteful Smith quasi reingeworfen. Ja, und ich glaube, er möchte jetzt auch racen. So, er ist schon ziemlich low. Nächste Runde kann ihn wahrscheinlich killen. Gerade mit Nisera's Awak geht es jetzt wahrscheinlich aus. In der Fall ist der Fall. Aber es ist schon bei den 3-5-2-3-5-2-3-5-1-4-3-6-5-4-6, sich mit 1-2-3-5-5-5-4-5-6-6-5-6-6-6. Er hat jetzt noch einen 3-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6. Die brauchen nur einen von den beiden an den Lippen. Er hat es nicht noch mal versucht, da hätten mich den jetzt erkennen können. Aber so habe ich jetzt einen Laschet-Bef-Schaden da. Also dürfte nur irgendein Removable in der Hand haben. Oh, das war Horschraf. Das waren 8 Schaden. Aber ich habe jede Menge Feuer. Und am Hintern. Also es wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, sonst kann Ragnarors spüren und entweder den 7 Siemer damit killen oder er. Aber es war jetzt knapp. Also er hat nur einen Arcan-Golem gehabt, er hat nur Eviscerate in der Hand gehabt. Er hätte mich da jetzt nur auf 2 bringen können. Okay. 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 Ich muss die Wilde schützen. Und kann 3 Zwarer legt oder so. Darin kannst du kostengünstig entfernen. Genau. Vielleicht hat er zum Beispiel Knife-Juggler und Shattered Sun-Claric in der Hand und das haut jetzt alles nicht so ganz hin. So wie ich es wollte. Vielleicht. Dann ist das ja leid. Jawohl. Dannmenschen wir dann doch nicht. Die Lassets sind mal kaputt. Auf 6 Mane habe ich dann einiges da. Schauen wir mal, ob er SS-Netz hat. Hey, ich habe ein Vierer-Dob. Was er nicht wusste, ich hatte noch einen Vierer-Dob. Lässt mir noch ein Ziel. Den schieße ich jetzt weg. Mit dem Klauchhobb jetzt auch nicht wirklich die Mew sind was anderes vor. Der ist ichig. Werfe ich halt meine dazwischen. Aber er hat da halt irgendwie bessere Optionen. Ich hoffe, er hat nicht nur SS-Netz. Ich hoffe, er hat nicht nur SS-Netz. Ich hätte ja schon mal richtig viel gewonnen haben. Also der Wild Pyromancy ist interessant. Der würde nämlich einen Schaden auf Schüdel machen. Ich gehe aber dann schon so unglaublich low. Ich muss zuerst noch mal einen Sunwalker spielen. Oder einen Ancient of War. Ich kann auch einen Ancient of War machen. Nein, ein Sunwalker. Weil dabei hat das Divine Shield noch. Wenn er nachher ohne Divine Shield vielleicht in den Ancient of War angreifen muss, dann stirbt der Sunwalker dran. Wenn du den Ancient of War spielst, greifst du vielleicht mit Oralm an. Macht nur irgendwie einen Schaden. Dann hat der zwar kein Shield mehr als immer nur 4,5. Oh boy. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Der Ancient of War reicht alleine nicht. Ich kann den Sunwalker sonst nicht killen. Die machen 10 Schaden. Das sind 4. Weil ich hätte nur ein Claw. Dann wäre er 5 Hitpoints, wenn er sonst nichts mehr hat. Was ich nur für Möglichkeit hätte wäre ein Spellbreaker. Ich glaube das werde ich auch machen. Ein Spellbreaker. Wild Pyromancer. Das ist klar. Damit kann ich jetzt nämlich den killen. Den killen und... Ich habe nur 2 Hitpoints. Öffnet sein. Es ist ja gut. Los geht's. Na gut. Oh nein. Ich hab keine Angst. Das ist so gut. Ich hab deine Angst, Meine Augen sind öblich. Oh, boi. Oh, boi. Oh, naja wie so retard was das. Aaaaaaah! Es wird echt spannend. Okay. Eins. Ist da meine Hilfe. Und ich werde mir ein Shapeshift geben. Vielleicht gibt mir das genau die Zeit, die ich noch brauche um ihn zu killen. Ich hätte zwar jetzt einen Acolyte of Pain spielen können, aber er hätte crackt mir jetzt einfach jede Runde. Und das könnte man eine Runde Zeit verschaffen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, Mann. Betrayal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, Mann. Ragnaros. Ragnaros. Du musst mich retten. Schauen wir mal, wen er jetzt trifft. 50-50, schau, dass ich den trifft. Dann habe ich nur mehr Chance. Komm schon, komm schon. Schieß ihn weg. Das Danke gilt natürlich dem Ragnaros. Das ist schon mal. Oh nein. Okay. Jetzt hat er schon wohlverdient gehabt. Das war auch schon auf. Coole Runde. da wäre jetzt erst mal ein break machen und es geht dann weiter